Einmal die Anbüden, die mit einem größeren Latter-Ütruppen haben. Der 12. Oktober ist die Nummer 8 bis zu Vastas Freus 24 Kilometer. Wir waren 70 Latter wie Amerikas del Sur, die mit 8 Ütruppen kamen. 50 Latter wie Fraktionamento Jutta, mit 29 Kilometer. Du hast auch ein Latt, was an der größten Linie ist. Und ein zweiergräuter Haft von Pärchen Ackergräut, 18 mit Spekja und Dierka, auch durch die Kampo einwendig. Ein Latt für das Eidential Robles Kilometer 18. Feierlatter wie Fraktionamento Global Kilometer 19. Einer mit Spekja Bogen. Ein Latt wie Montréal Campotien Mirador. Ein Fähne Bohnhüß wie Campestre 1, durch die Kalle Rosal. Ein und ein Latt für die Selsche Goos. Alles wurde verkauft in 10 Toolings. Wir waren in Gunstein Racer, nie Kioti Trekter, nie Remolke Matredilas, manch alle Köpfer, und wir waren auf 3 iPhones, bei Amitim Ütruppchamp. Du wot Friemärach sein. Alles verkauft von ein Dula noch. Nachdenken. Im D yesen! Im D jaen. Ein Latt für die Säden ist in der Säden.